Grüß euch und herzlich willkommen bei Fit in den Herbst mit Helvetia. Mein Name ist Philipp Orta und ich zeige euch heute meine drei Laufübungen, um perfekt und voll aufgewärmt in eine Laufeinheit zu gehen. Wie man es in meiner Kleidung sieht, es ist schon kalt und umso wichtiger ist es, den Körper schon vorher zu aktivieren, um einfach Verletzungen vorzubeugen. Übung Nummer eins ist der Kniehebelauf. Ich dürfe, glaube ich, jedem bekannt sein und finde einfach, dass unser Becken, unsere Knie alle einmal voraufgewärmt sind und ich zeige euch, wie es geht. Übung Nummer zwei sind sogenannte Jumping Squats. Die sind schon sehr kraft betont, aber erfüllen sie einen Nützen und wir haben ihn bestimmt auch. Zeige euch, wie es geht. Und das Letzte haben wir noch die Diagonalsprünge. Einfach. Klar. Helvetia.